Yo servus Leute, was geht ab? Hier ist der KP1. Willkommen auf meinem Stream. Heute mal ein bisschen wieder mal... ...zocken. Genau. KP1 is now live. Streaming the First Descendant. The First Descendant Stream. Jeder kann mitmachen 9. Okay. Okay. Komisch. ... ... ... ... Oh, okay. 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 Ich habe ihn mit ihm geholfen. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Ja, du findest du punkten, du fahler, sagst du. Ich hab noch nicht mehr geholfen. Ich habe noch nicht mehr geholfen. Was ist das? Ich habe einen Ball bekommen. Das war ja geil. Ich habe einen Niederball bekommen. Du kannst nur deinen sehen. Ich habe einen Ball bekommen. Der Schild! Wait! Yo! Stop him! That jerk has been trying to take down the radar since the cliff. Let's get it! Humans! Come on! Thanks! I was able to pick up a major car. Wanna listen in? The Descendants are already here. Forget descending the security. They can detect extraction. Whoa. Even my fans would understand what that means. And judging by the way his voice is out, we should be looking for somewhere indoors. Nice job. Yeah. I forgot where he is. I forgot the check. Aufour I forgot what to do. No. No! Oh, oh, oh. Woppa Gunnam Style Die Hmph! Die 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 Steig mit Spider-Man Wurf Ich kann den Punkt wieder zurückspornen ich hoffe ich glaube ich glaube jetzt nicht da ja hier das exil ich bin so längst da und du das ist so eine frau wo mit mir reden will und tut doch die tut halt so dass mit computer spielen die schaut mir immer so glänzlich an schau mich an schau mich ins gesicht an heute mir anschauen nein ich rede doch mit der frau jetzt bin ich frei jetzt komm mit als privat starten ok hallo meine damen und herren dankeschön für den follower und dankeschön für nicht follower dankeschön aber mein pc schneller ja ich ich tue mir nicht zu überlegen ob ich es auf ps4 unterlade oder ps5 unterlade das mache ich erst später wenn ich weiß dass ich spiele was ist oder nicht der eine hatte schon durchgespielt das ist statik ja wie wenn man arbeitsschuss ist und keine arbeit hat es gibt halt leute die spielen jeden tag die haben kein leben ich weiß nicht Ich bin gut. Das war's für heute. meine meinung ist dass sie sich erhöht haben nein die gegner ja weil die gut finden WDR mediagroup GmbH im Auftrag des Laufenskopf also meine pistole hat jetzt zwei striche die habe ich die habe ja die magiener die mag keine Wir haben schon den Ironheart gelegt. Wenn du versuchen, oder du findestellst du das. Hey, das ist eine Lüge. Wenn der Ironheart weg ist, hätte ich es schon gesehen. Wir haben schon gesehen. Die Koordinatoren von Ironheart werden geändert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Warte kurz, gehst nicht in ein Lager, gehst nicht in ein Lager, tue ich meine goldene Waffe reinmachen, na, dann tue ich die auf und sehe ihn weg und dann, nee. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 ok mir fehlt ein dingster boomster was sie doch warte echt jetzt 25 ich habe doch gesagt ich will alle waffen machen aber ich will so sie missionen machen bevor man da weitermacht wir gehen mal beim battle pass du hast doch gesagt wir kriegen waffen kostenlos bonus ich zahl doch dafür nichts ja die ist bei mir gesperrt das ist das ist die habe ich doch bekommen gerade und dann was macht ihr die humanität ist sehr schrecklich, das ist warum die Menschen uns sehr schrecklich brauchen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah? 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 Are you ready to be shot? Yeah? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da habe ich schon reingemacht. Ja wie denn? Achso ja stimmt. Ja. 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 Ich will doch Zelegio nicht verbessern. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie muss die Kapazität mitmachen? Wie geht das? Wo? Wie geht das? Wie geht das? Ja. 1200 Ecken. Oh, ein spezieller Mensch. Was hast du? Nein. Jetzt bin ich stark. Jetzt machen wir alle platt. Pech. Pech. Der erste Mal zuerst, das bin ich. Ja, ihr habt die HTP S4. Ja, sorry. Ist halt so. Komm da mit klar. Komm da mit klar. Ja. 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 Du musst die Daten zu retten. Die Völkern wird größer. Trupplo! Ich finde, es ist die Linie der Berndt. Ja, keine Ahnung, ich will jetzt einfach erst mal ein paar Missionen machen, aber ich muss dann kurz später weg, zu meinem Vater, Ich habe jetzt Arbeit gefunden und ich muss ein paar Papiere noch besorgen. Ja, das ist eine alte Arbeit. Geh in die Zeitarbeitsfirma, du die da anmelden. Oder geh als Müllmann, da findest du immer Arbeit. Ja, da findest du immer Arbeit als Müllmann. Da kriegst du so 2.000 Euro in der Hand. Aber wenn du die Flug anstellt, gehst du noch mehr. Die wahrscheinlich werden bezahlt, aber natürlich mit Steuer abzüge ich natürlich automatisch. Da ist ein Wollmann. Das ist ein Wollmann. Da ist ein Wollmann. Das war's. Das war's. Na, wie immer, Alter. Ja, ich muss gerne testen und kannst nicht testen, was da die Leute machen, ich darf nicht Ich muss gerne testen, was da ist Okay. Es ist der einzige Weg. Woah, woah, woah! Kyle! Was hast du zu tun? Blöde alles auf? Nein, ich verstehe noch. Aber ich muss... Ich muss sowieso quatschen. Ich muss quatschen. Quatschen. Reden! Reden! Ring, 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 Ring. Ich... Fliege. In das Gesicht. In dein Gesicht! Wo ist der Typ, wo ich reden muss? Wo ist der Typ? Ah, mit denen hier. So, da muss ich jetzt hin, aber ich mach jetzt aus. Nee, bin ich jetzt. Komm ich los. So meine Damen und Herren, danke für die Likes, danke für die Abos. Kommt gerne vorbei in den Discount unter der Videobeschreibung. Und irgendwann mit dem Killer, die auch so weit ist, dass man manchmal live gehen kann. Bullshit dauert noch. Okay. Okay meine Damen und Herren, haut rein, servus, viel Spaß noch.